Eine Gierseilfähre ist ein Fährtyp, der zur Fortbewegung die Strömung des zu überquerenden Flusses ausnutzt. Die Technik der Gierfähre erfand der Niederländer Hendrik Kauig aus Nemwegen im Jahr 1657, um den Verkehr über die breite Wahl zu erleichtern. Funktionsweise Eine Gierseilfähre oder Gierpunte, wie diese Fähre auch genannt wurde, hängt an einem langen Drahtseil, das sich kurz vor der Fähre aufteilt. Ein Seilende ist am Bug und eines am Heck der Fähre befestigt. Verändert sich nun die Länge der Enden zueinander, verändert sich auch der Anstellwinkel der Fähre zum Strom. Dieses Einstellen der Seilenden geschieht heute mit Motorkraft, im Übrigen ist die Fähre motorlos. Der Druck des anströmenden Wassers drängt sie an das Ufer. Das Drahtseil wird im Fluss verankert und für die Schifffahrt mit Bojen markiert. Damit die Fahrrinne frei bleibt, liegt der Anker für das Drahtseil nicht in der Flussmitte. Eine andere Technik, die Rohlfähre, benutzt statt eines Y-Gierseils zwei getrennte Seile. Die an Laufkatzen oder Laufrollen auf einer mit Hilfe von zwei an den Ufern stehenden Pylonen hoch über dem wassergespannten Stahltrosse laufen. Wodurch die Flussschifffahrt nicht behindert wird, nach diesem Prinzip funktioniert die Fähre von Polle an der Weser. Es gibt auch Gierseil-Rohlfähren mit nur einem Seil, wie bei den Donauffähren in Matting und der Solarflotte in Ulm. Der Antrieb erfolgt in Polle durch zwei in Matting und in Ulm nur durch ein Ruder. Die durch ein Drehen in die Strömung des Flusses die gewünschten Kräfte erzeugen mathematische und physikalische Grundlagen. Durch richtige Einstellung des Winkels Alpha der Fähre relativ zur Strömung wird zunächst dafür gesorgt, dass die Kräfte, genauer, die Vektorsumme von Seilkräften plus Strömungkräften insgesamt auf die Fähre kein Drehmoment ausüben. Das geschieht weitgehend autonom, das heißt mit minimaler Unterstützung des Fährmannes sowie nur durch den oben erwähnten Hilfsmotor. Bis zur Einstellung des richtigen Winkels dreht sich die Fähre unter dem Einfluss des oben erwähnten Drehmoments genügend langsam eigenständig dazu. Um die Hochachse. Der Vektor der resultierenden Kraft kann nunmehr in zwei senkrechte Komponenten. Die Längskomponente KY ist gleich K-Sin-Alpha sowie die Querkomponente K-X ist gleich K-Cos-Alpha zerlegt werden. Die Längskomponente wird durch die Seilkräfte kompensiert. Durch die verbleibende Querkomponente sorgt das System durch den Druck der Strömung für die motorlose Überquerung des Flusses. Verbreitung Ein Grund für die Verbreitung von Gierfähren auf Elbe, Saale, Main und Neckar Zum Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war die Kettenschifffahrt. Kettenschleppschiffe zogen sich und angehängte Frachtschiffe entlang einer längs im Fluss liegenden Kette flussaufwärts. Die Kette wurde von den Kettenschiffen vorne vom Grund des Flusses aufgehoben über das Deck gezogen und hinten wieder in den Fluss abgelassen. Eine Überkreuzung dieser Kette mit dem Seil vorhandener Seilfähren war nicht möglich. Daher erfolgte mit der Einführung der Kettenschifffahrt eine Umstellung dieser Fähren auf Gierseilfähren. Die Umstellung musste von den Kettenschleppschifffahrtsgesellschaften bezahlt werden. Eine hohe, dichte Angierfähren befinden sich in Deutschland auf der Elbe und der Weser. Auf der Elbe verkehren die Fähren Raten, Niedermorschütz, Strela, Fähre Belgern bei Belgern, Pritten, Pritsch, Elster, Koswig, Acken, Breitenhagen, Babi, Fähre Westerhüsen bei Magdeburg-Westerhüsen, Fähre Arneburg bei Arneburg, Fähre Sandau bei Sandau, Rebel. Auf der Saale verkehren die Fähren Gottesgnaden, Groß Rosenburg. Auf der Weser fahren die Fähren Polle, Reinhardzhagen, Ödelsheim, Lippholzberg, Großenwieden, Wambeck. Auf der Donau gibt es vollständig handbetriebene Gierseilfähren in Eining, Stausacker und Matting und weit von Regensburg sowie zwischen Maria Pushing und Stephenspushing, Sandbach. Weitere Gierfähren existieren an der Sieg zwischen Bonn-Geisler und Treusdorf-Bergheim. Auch auf dem Rhein waren zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert fliegende Brücken ein gängiges Verkehrsmittel zur Überquerung des Stroms. Zum Beispiel Köln, Düsseldorf zwischen Bonn und Vielich, Koblenz und Ehrenbreitstein, Neuwied und Weißenturm und zwischen Altrepp und Mannheim. Heute gibt es auf dem Rhein nur noch wenige Gierseilfähren, beispielsweise in Basel und im Plittersdorf. Die Basler Fähren sind nur für Fußgänger benutzbar und haben wegen der nahegelegenen Rheinbrücken nur eine geringe verkehrstechnische Bedeutung. Sie werden hauptsächlich aus historischen und touristischen Gründen erhalten. Als Besonderheit haben die Fähren in Basel keine Gierseile, sondern das Halteseil wird zum Umkehren der Anströmung mit einem Schwengel auf die jeweils andere Bootsseite gelegt. Ansonsten sind es vereinfachte Rohlfähren, bei denen sich das Halteseil mittels eines Läufers an einem Tragseil bewegt. Dies ist entsprechend hoch über den Rhein gespannt, um die Rheinschifffahrt nicht zu behindern. In Österreich verkehren über die Donau vier Rohlfähren Drahtseilbrücke Ottensheim, Rohlfähre Spitzansdorf, Rohlfähre von Weißenkirchen nach St. Lorenz, Rohlfähre Kornneuburg Kloster Neuburg. Die meist mit Schwengel, selten mit dem V-förmigen Gierseil ausgestatteten Seilfähren sind an verschiedenen Orten in der Schweiz als Fußgängerübergänge erhalten geblieben. Oft werden sie in Naherholungsgebieten von den Gemeinden betrieben oder unterstützt. Das Führen einer Fähre bedarf spezieller Zulassungsprüfungen, um die Sicherheit zu gewährleisten. So gibt es noch folgende Seilfähren mit regelmäßigen Fährbetrieb. Vier Basler fähren über den Rhein. O-Nacher fähre über die Aare in Muri bei Bern mit Schwengel. Fähre Reichenbach über die Aare bei Zollikofen mit Schwengel. Fähre Zehnder Mertilj über die Aare bei Bern mit Schwengel. Fähre Winnau über die Aare bei Wolfiel. Fähre über die Reus bei Sulz. Fähre über den Rhein bei Mumpf. Fähre über den Rhein bei Kadelburg-Bartz mit Schwengel. Fähre über die Sieter bei Bischofszell mit Gierseil. Niederlande fähre über den Leek bei Kulemborg. Punkt, 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 Punkt.